hier war ich auch in der Beta der kann ja einfach wechseln der Bogen der Bogen? da sind gar keine Zombies, da macht er hier am Bogen rum Alter, das sieht cool aus das sieht so cool aus ich werfe jetzt mal so ein scheiß Schwert hier weg mir auf den Sack die ganzen Schwerter Alter, so ne Kohle hält ja ewig ja? ja ich hatte glaube ich in der Beta auch Kohle jetzt, wo du es sagst, ich bin mir nicht sicher also wirklich, die hält wirklich lange kann ich das nachgucken, oder? Ne, du benutzt grad den Ofen, ist ja klar hier sind ja noch andere Öfen ja, okay ich hab ja keine Kohle na warte da hast du einer okay, das brennt doch oder warte das noch ey, dann nimm dir die auch noch wofür brauchen wir jetzt nochmal Kohle? um Haus-Spawn-Kit, äh, Support zu bauen irgendwie so ähnlich war das Wort für nix anderes nö also, und um Steinschwerter herzustellen nach wo, eigentlich kann ich ja gleich mal was saufen, dann geh ich hier raus füll mein Wasser komm wieder rein hm leil, warum ist der Ofen aus? hä? was? wir müssen die müde an hier ist Milch ich hab grad mein Wasser gefüllt jetzt schon mal leer ja machst mir das falsche, Dörker überworfen das Inventar übermüllt ich hab vier Eimer Milch dabei ich hab ehren oh hoffentlich schafft das meine Wasserflasche noch nein, scheiße egal, Kohle nachlegen scheißen Dreck pull it water, pull it water alter, ich hab so nen Haupten Portion auf ich sortier mal meine Montage ok ok, so sieht das schon mal gut aus mach ich hier so die ganzen Bücher hin hier unten mach ich mal Medizin oder so boah ich schwör ey, die Kohle hat ewig boah ich schwör ey boah ich schwör ey, ich hab drei gekochte Wasserflaschen ey ich geh mal beim Haus neben angucken ich bin fertig jetzt vom Haus können wir weiter ja dann los geht's geht's hier schon weiter und also lol lol truhe loot hose kann ich mal nur links reparieren lol alter hier können wir gleich sterben Max ne 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 hier ist nix was mit der anderen Richtung das auch nix, aber ich ja schon schüssel und ne ho und ne sichel das ist wie der sichel das ist das ja eigentlich place soll das sein place soll das sein ok können wir da durchbrechen eigentlich ne ich hab's grad schon probiert da ist die Ruhe da durchbrechen ne genau so war das gemeint einfach wieder hoch auf den Berg weil da ist ja noch ein Riesenhaus uuuuuh wir sind nicht mal Zombies irgendwo vor Ort vor hat er gelohnt und dann zu gehen das ist ja geil oder ja na 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 zu über hier runter zu mir beginn ich bin auch hier runter ich bin ich sehe doch ich gehe auch einfach runter aber äh die Bäume ja guck dir mal die Blätter an sich aus so dass du da reinkriechen kannst alter Junge was dann kommst du nur auf den Penis rum oder was Alter hier ist irgendwo ein heiliger Baum ich hab auch schon so ein heiliger Baum ne ohne Spaß aber fuck immer nicht ohne Baum was denn für ein heiliger Baum Mann hier war so ein übelst krasser Shitbaum mit Ruinen rund rum den kann man ja nicht übersehen sicher dass er hier war ja todsicher aber ich bin ja von da denn hier hin und dann in die andere Stadt und da hab ich dann gestorben und dann hab ich an Elation gespielt wo war das denn wo war das denn ich bin hier irgendwo querfelt ein ey der Baum geht überall sein ey der Baum geht überall sein ey oh ey entschuldigung dass ich hier bohrt bin ey bist du noch hinter mir bist du nur hinten doch doch ich sehe ich glaube einfach weiter okay hier ist es hier hier ist kein heiliger Baum ich weiß nicht ob du so schnell gekifft hast heiliger Baum heiliger Baum was denn da ist hä hier war doch eindeutig was gewesen loi was denn für ein Baum was denn das sind alles ganz normale Bäume ist er heilig ja hier ist heilig man hier war doch ein krasser Baum der war hier ich finde den jetzt auch gleich der war hier übers Wasser alter die Fichte da sieht der geil aus das ist die heilige Fichte das ist die heilige Fichte man ey die Bäume sehen so scheiße aus scheißiger Baum wie ich ja findest du ja also die komischen Dreiecksbäume der da zum Beispiel ja kein bisschen das ist wie der echtste so wegsgehen Baum ey oh lol lol mich verfolgt ein Portal Max geht's jetzt zum heiligen Baum zum Norden da müssen wir lang wir müssen ja in den Norden lol lol wo bin ich beim heiligen Baum pvp enabled good luck danke 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 warten hier war irgendwo ein heiliger Baum das ist alter der da hinten ist das nicht der heilige wir waren hier irgendwo am Wald dran sind sinnlos hier ey 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 der Baum sieht so kacke aus von unten guck dir mal den Baum der heilige jetzt oder der hier Mann der alter wo ist denn der scheiß Baum irgendwie glaube ich dir ja nicht das ja ein heiliger Baum ist das glaube ich dir was denn das da hinten die Bahn schien ist das der heilige Baum da hinten ist das der heilige Baum da hinten so sind nur wieder Schrank Probleme Schrank 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 Norris mal das ist so langweilig grad ich suche ja auch den heiligen Baum Alter ist das hier das heilige Grasland jetzt halt doch mal das Maul eigentlich ich glaub ehrlich gesagt das hier kein heiliger Baum ist boah ey das kotzt mich doch schon wieder an ihr da hinten ja ey alter gleich kommt er ja kommt er auch natürlich kommt er hier gleich siehste ja gut scheiße der war noch hier hm mhm der heilige Baum da hm ah fuck ey Peter Bay durchstieg aber der war hier also ui wo hier der Map existiert so ein Baum über dem Wasser da war er ne hm oh ey ich glaube ich find den nicht mehr oder hm vielleicht hast du einfach gekifft und den gibts gar nicht hm warte komm mal her dann bandage ich dich oh gute Idee ich brauch dafür erstmal ne Bandage aber ich hab keiner muss mir erst mal hauen Leute ich hatte voll Leben und es ging was warum das jetzt ich hab dich doch gehauen ja aber ich hab dir in dem Fall noch dabei doch ein halbes wo ist meine Bandage egal ne das tut ein bisschen hä kann ich dich überhaupt mit irgendwas hauen um sonst auf jeden Fall über den Wasser ja ist er definitiv ein bisschen nur schnell muss erst mal was essen deutlich also das ist so max und ich muss erst mal was trinken bei mir ich hab noch sieben trinken ich hatte gerade noch zehn aber ich hab mir einfach mal gewinnt der wachsitz bis zum platz vor das heilige baum nee muss aber ich muss jetzt irgendwas sagen was games has been defended von sinne in der sich was das auch bekommt um mich jetzt so langsam war angegriffen wurde es der ist getroffen da wird man euch mal langsam da kommen wir viel zu fraisen hier ist ne hier ist ne spaß hier sind alles so low stater dass wir mal was cooles suchen ja wo soll ich wissen wo hier was cooles ist ja komm hier können wir direkt wieder raus hier gibt es nur scheiße guck mal da hinten steht was wo bist du denn teilige baum da hinten oder ja vielleicht ist es ja endlich das ist ja eigentlich doch alles so eingebildet ja genau das war auf einem anderen server ja das ist er nee das ist er siehst du das ist der heilige melonenkarren das ist er ich frage das man jetzt so durch kann ich das mitnehmen abgleich das mit der hau wenn das jetzt mit der hau geht ist die hau der schlechteste scheiße nicht gerne Loll, ein Verzauberungstisch. Alter, was? Können wir nicht verarschen, dass man hier nicht hochkommt? Alter, ist doch ein Troll, oder? Ah, jetzt komme ich da nicht an die Melonen. Oh, leck mich drauf. Oh, Schüssel. Kann ich hier was verzaubern? With an empty hand. Krasse Story, krasse Story. Was ist denn das denn, Zombie? Ein Shane-Zombie. Ja, ich war schnell tot. Alter, was sie, ein Knopf. Geil. Das sieht aus wie Epicness. Warte, warte, warte. Wollen wir mal reingehen? Ja, ging gleich nach. Kommst du? Ja. Weil dann platzier ich dir noch nicht den Knopf. Ich komme, ich komme, warte, ist noch eine Uhr. Komm, komm, Basti, 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 komm. Warte, ich muss hier Melonen noch frasen. Hier ist Epicness, komm. Ja, Mann, muss die Melonen noch essen? Oh, ich komme. Was ist denn? Ach, ist das ein Haus von einem Spieler? Ja. Kann ich meinen Knopf bitte wieder haben? Ich hoffe, ich Astronomik. Ja. Ja.